ich kenne aber auch tatsächlich nur den der recht was ich finde auch toll vor allem nach dem habe ich ewig lang gesucht war kurz davor den selbst zu schneiden muss immer noch den soundalert schneiden ich weiß ich brauche aber dafür ein vernünftiges programm kennt jemand eins die die ich immer hatte scheiße ich bin da leider überfragt da war eine rote ampel ja erinnert sich als ähnliches wäre bei dem preis mit 49.000 ist ja noch schlimmer geworden warum brichst du mich einfach ab weil ich dann alles noch mal von vorn fahren müssen und nicht kurz vorm ende bin ja aber ist doch egal die strecke ist fertig warum ja aber trotzdem lustig rüber wirkst eher wie so ein langweiliger das hier fand ich jetzt nicht so geil luna tatsächlich ich habe es ausprobiert aber ich kann es mir noch mal willst du nun den ton schneiden oder mit dem gif nur ton es geht nur um ton so ich sollte die türen aufmachen papa ja solltest die türen öffnen ja danke gerne aber ich kann es ja noch mal probieren aber das sind die benutze ich ja auch manchmal lasst es aber eher luna machen wenn ich was schneiden muss luna kriegt besser hin als ich 5,7 k blättchen bambus blättchen weißt du raven weiß wie viel ich hab hab unendlich ich hab's gleich geschafft für mich immer ganz gut ja halte bucht irgendwie war ich dann nicht so zufrieden halte bucht halte bucht ich weiß dass ich ein spinner bin aber aber nicht bin deiner euer spinner ok kannst mir welche abgeben nee 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 nicht nee da kommen ja dann auch noch an von wegen ihr kannst mir welche abgeben das wollen wir ja nicht oh die raven ich hab den vor allem ich glaube der muss schon seit stunden raus die wende auch daran dass ich eine woche lang sound files raus cutten musste ich kann dir das ja schicken und dann kannst du mir sehr schön zusammenschneiden hey wenn ich keinen mist gebaut hätte hätten wir die zwei millionen geschafft okay also welche das war die rundfahrt na nur den mod kannst du geben nee nicht ja also ok warte warte was war kurz noch mal fettige frittenbruder oder wie war das nochmal ja die fettige fritten die die fettige frittenbruder hieß es glaube ich oder allen mods nein nein rave nein fettige frittenbruder und dann bettet auch nicht angefangen beim rathaus na ja genau also du siehst ja wobei uns welche linie ist und du siehst ja wo die strawberry dings da lang geht ne du machst einfach vom rathaus also machst rathaus da einmal so den ring einfach drum rum außen das ist der gürtel das ist die erste sie ist die eine strecke das ist okay das und die andere ist auf dem bild warte ich muss gucken welche farbe das ist dann dürfte auch schon mal auf dem bild die wieder noch ja die in dem kleineren kreis also und ne die fängt an bei rathausgasse rathausgasse das hier gasse pferdemüder gasse wilden theater seiler straße und riesengasse das muss man im loop modus fahren ich weiß nicht ob wir das zusammen fahren wollen aber ich will die auf jeden fall fahren also das eine müssen sieben haltestellen sein das andere sechs ja okay warum soll ich bei den um bambus plättchen habt ihr einen namen nee nein wir haben noch keinen namen wenn keine apple perse für für bostetiteln drehen wir jetzt polos post du hast lust ihr gesagt Ich hab lustige gesagt, einen lustigen Titel. Ach egal, komm. Ich hab's verstanden, aber man knapper ja nicht. Lass mich. Lass mich. Ich hab's schon verstanden. Old Town Road. Das ist doch langweilig. Thüringer Ring. Ja, nimm Thüringer Ring. Das passt voll gut. Und es ist ja dringend. Das passt voll gut. Oh, Thüringer Ring, find ich gut. Ähm. Huch. Ich find den gut. Nächste nennst den Erdmann-Gürtel. Okay. Schön. Okay, wer fährt die fettige Frippenbude? Ich fahr auf jeden Fall den Ring. Voll schön. Nicest. Okay. Wie gesagt, ihr müsst dann im Loop-Modus fahren, ne? Ja. Ich weiß noch nicht, welche ich fahr. Vielleicht fahr ich einfach irgendeinen von euch hinterher. Muss ich denn noch irgendwas machen? Doch Fahrer muss ich einsetzen. Ja. Aber ich kann auch noch zwei Fahrer einstellen. Oh, wir müssen mindestens sechs Erdgas-Busse haben, um die zwei Faltestellen freizuschalten. Ja, dann kaufe ich gleich nochmal Erdgas-Busse. Haben wir genug Geld? Ja. Wer fährt die fettige Frippenbude? Na, wenn ich welche bekomme, bekomme ich welche von dir. Wenn nicht, habe ich halt Pech gehabt. Na, aber Raven bettet. Deswegen habe ich ja gesagt, du bettest ja auch nicht nach Kanalpunkten. Aber du hast ja auch genug. Hm, Gerharder-Shop. Erdgas-Bus. Schnäppchen. Erdgas-Bus. Wie viele brauchen wir? Ah, ist freigeschaltet. Okay. Die müssen wir wahrscheinlich auch fahren, ne? Äh, die Erdgas-Busse? Ne, aber die Leute, die du, also die Fahrer, die müssen Erdgas-Busse fahren. Ja. Also wir. Dann. Ja, wir nicht unbedingt. Sie steht nur, die du zuweist halt. Okay, dann... Und die müssen, mindestens zwei müssen halt... Ass sein. Sie müssen Level Ass haben. Und ja, auf diesen Strecken halt nur, ähm... Also ich weiß nicht, ich glaub auf diesen Strecken, die du jetzt erstellt hast, müssen es eher etwas größer sein. Und... Achso. Wo bete ich denn? Hast du nicht geschrieben? Ja, gib mal welche! Was? Urban. Urban. Sind weiß. Dann ist das so. Okay. Hier. Einmal. Okay. Aber wer fährt was? Ich fahr die, äh, 20. Mapa, welche willst du? Ne alte oder willst du die 19? Ne alte. Okay. Dann nehm ich die Leute. Kastet ihr mal die 9! Das ist Loop-Modus. Und ich nehme meinen alten Erdgas-Bus. Ich habe geschrieben, dass du mir welche abgeben kannst und sein unendlich. Ja, siehst du, du Bettis. Ich weiß noch nicht, ob das so sinnvoll ist, was ich hier getan habe, aber ich habe es getan. Nächster Halt, Rathaus. Wie lange muss ich hier jetzt im Loop-Modus fahren? Das weiß ich nicht, bis sie Level 5 sind. Oh ja. Wir sind Level 2 auf jeden Fall. Das kann ja ewig dauern. Nein. Das ist mal grün. Ryan! Was denn? Ich sehe nichts. Ich fahre. Da hinten bist du. Hinter den Häusern. Da ist der Name. 0,2 Kilometer. Hallo. Ich bin gerade erschrocken, ey. Warum? Hast du das gehört? Alter, wie wir einfach mal eigentlich nebeneinander herfahren in dem Ding. Ja, ja klar. Nur, dass ich einen Gelenkbus fahre und du nicht. Du brauchst doch eh wieder irgendwo stecken. Oh, rote Ampel überfahren. Ey, warum? Sag sowas nicht. Okay. Du probierst es wirklich wieder mit dem Gelenkbus? Nein. Doch, tut sie. Nee, natürlich. Hä? Ich bin ja gar nicht vom Fahrrad. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten. Toll. Mutig, mutig. Guck mal, wie schön das aussieht. Ich brauche eine Fahrkarte. Hm. Ich habe jetzt ebenso viele Unfälle gehabt. Ja, so sieht auch aus. Das kannst du gar nicht beurteilen. Ja, und wie gesagt, so sieht auch aus. Nächster Halt. Hauptbahnhof. Wait. Kann es sein, dass am Dienstag... Oh, zwei Rauten kommt? Beta, glaube ich. Äh, Alpha. Beta, Alpha. Irgendwie so. Beta, glaube ich. Gut. Ich fahre nicht mit dem Bus. Das Hinterteil hat gerade einen Passanten umgebracht. Ja, ja, jetzt war es wieder das Hinterteil. Ich stand an der Haltestelle. Ich konnte niemanden umfahren. Ja, 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 ja. Das muss ich mir nicht glauben. Also wenn am Dienstag Overwatch 2 rauskommen würde, wüsste ich das, glaube ich. Na klar. Hier. Alter, ich habe auf dem Rundweg... Wie ehrlich, wenn mein Fahrer ankommen würde von der Arbeit und sagen würde, das Hinterteil von meinem Bus hat einen Passanten umgebracht. Du hast ihn umgestanden, ja. Siehste? Niemand fällt mir so den Rücken. Angie hat es genau gesehen, wie ich ihn umgestanden habe. Also ich habe noch nie so viele Schwarzfahrer wie auf dieser Rundfahrt. Ohne rote Ampel. Tja, ich muss ja da hinten rüber. Gute, dass es hier diese Buslinie gibt. Ich wollte mich nicht an die Verkehrsregeln halten. Ich bin mal gespannt, ob ich einen Beta-Key kriege. Es ist ja auch meine Linie. Ich habe von Overwatch keine Ahnung. Ich bin von Overwatch komplett. Auch probiert, war mir zu hektisch. Wenn Overwatch 2 rauskommt, dann spielst du das auch mit mir, oder? Was? Ich? Wer? Verdammt, ich habe vergessen. Ich garantiere nicht. Warum nicht? Oh, ne. Du hast 6.000 plus gemacht. Wie viel? 6.000. Hup, hup. Ich steigere mich. Wohin wann? 2.000. Ich habe das bei euch gesehen und einfach nein. Nicht mal mit mir? Nein. Bei aller Liebe, aber nein. Ich brauche einige Fahrkarten, bitte. Oh, guck, Kitty, ich spiel's mit mir. Ja, Kitty kann das ja auch mit dir spielen, aber ich spiel's nicht. Warte. Ihre Liebe hat Grenzen. Ich spiel' nicht alles. Ich spiel' auch kein Valorant, ich spiel' auch kein Apex, ich spiel' kein Fortnite. Bleib mir weg damit. Das sind alles Spiele, die ich nicht anfasse. Kitty, du spielst Overwatch. Den spielst du. Wer ist dein Main? Ich werde dich gegessen haben. Oh, Mann. Äh. Ich dich hybrid. Scheiße auf die rote Ampel. Ich war mal Anna Main. War. Und wer... Was heißt war? War... Als... Ja. Wie lange hast du das Spiel schon nicht mehr gespielt? Hm. Ich wünsch dir was. Mann, hier ist kein Huhn. Hier ist kein Huhn. Wir sind hier bitte in der Stadt, hier wird kein Huhn sein. Bist du dir aber so sicher? Vielleicht ist das irgendwo von der... Sag dich, hier wird kein sein. Eine Fahrkarte, bitte. Nicht. Ich bin mir sicher, dass sie kein... Ja, aber... Kann ich auch die Strecken fahren, äh, ab Nummer 1? Du kannst alle fahren. Du kannst alle fahren, wie du willst. Okay. Ich spiele das nur noch zwischendurch und bin dann meistens fairer. Okay. Solang es nicht Mercy ist, ist das gut. Ne, ich frag nur, weil die ersten Strecken ja gar nicht mehr besetzt sind. Äh, nö, die sind nicht mehr mit normalen Fahren besetzt, weil sie halt weniger Geld bringen. Genau. Ach so. Du kannst sie immer noch fahren. Ja, dann ist für mich ja auch blöd. Bring ich ja auch kein Geld. Gut, ich bring auch so kein Geld davon, abgesehen, aber... Naja, sagen wir es so, es sind die Anfängerstrecken, wenn du üben willst. Na? Eine Fahrkarte. Du kannst da ruhig fahren. Du es nicht. Es ist jetzt nicht so, dass man so sagt, nein, du darfst es nicht. Also, du kannst es, wenn du es möchtest. Nein, ich werde jetzt fruchtbar. Ich probiere die Fruchtbarkeitsfahrt. Oh, Mappa. Erzähl es aber bitte nicht weiter. Ähm... Okay, zu spät. Na klar. Ihr. Na klar. Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Das ist eine schöne Stadtrundfahrt. Ich frag genug, wo das Essen ist. Äh... Ist das eine gute Frage? Luna, was denn? Ist alles in Ordnung mit dir, Luna? Hybrid, du kannst heute auch nicht mehr beschreiben, ne? Wie jeden Tag. Hehehehehehe. Keine Sorry sagen Sie. Luna, was? Ja, weil du damit angefangen hast, fällt mir das jetzt explizit sehr auf. Mir ist das auch schon vorher aufgefallen, aber... Ich hab nie was gesagt. Ich dachte einfach, Hybrid macht das mit Absicht. Aber ab einer bestimmten Uhrzeit funktioniert das beim Schreiben bei mir auch nicht mehr davon. Ich kann es noch nicht schreiben. Ist auch gut. Ich kann sogar betrunken schreiben. Ne, wenn ich angetrunken bin, ob die Nachrichten verschicke. Du, was will ich nicht lesen? Aus. Fui Teufel. Mach das weg. Fui Deivel heißt das. Fui Deivel heißt das. Manni, warum sagt ihr... Du steckst nämlich an mit deinem Hybrid. Es heißt Hybrid. Hybrid. Ich krieg... Er hätte mich von Anfang an verbessern sollen. Da er es nicht getan hat, sondern erst Monate später. Ist sein Pech. Ja, ja. Ich weiß. Es ist sein Pech, dass ich ihn falsch ausspreche. Er hätte es von Anfang an selbst sagen können. Hybrid. Nein. Das hat Luna geschrieben. Hybrid. Wo habe ich denn die Kollision her? Ich hätte doch gar keine Kollision. Nein. Nein. Hybrid. Mit dem Ü. Hybrid. 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 Hey, du sollst nicht deinen Status missbrauchen. Da war nichts böses an der Nachricht. Immer sein... Sein Amt missbraucht, ne? Unerhört. Unerhört. Jetzt müsste ich ja eigentlich nochmal fahren. Die Strecke. Nein, Luna, geh nicht. Guck mal, du vergrault meine Leute. Was soll das? Hi, wo? Toll. Danke. Danke, Hybrid. Hi, wo? Was? Ein Hai? Wo ist ein Hai? Wo? Hallo, shhh... Shna... Shana! 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 Mit... Shana ausgesprochen. Das hat... Das hat... Das... Das... Das hat... Das erinnert mich an... Und Shana. Ähm Out... 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 Outriders? Mit Shana? Ich weiß nicht, hab das irgendwann noch nicht gespielt, Aber es war so dumm. machen wir die strecke noch einmal weil sie so schön war warte du gehst so für briten die arme und knudelt sie noch wohl er ja einfach löscht und sein status mit missbraucht ja nein du hast die strecke beendet gehe zum garage zur garage zurück oder drücke end ja genau das also nun ist genau das gleiche wie rundfahrt außer dass du nicht zurück fährst also du fährst nur ganz normale strecke kreis fährst ja ich weiß natürlich wo der unterdrift ist weil du funktioniert ja auch wenn du aber kein kreis fährst weil das hat sich ja vorhin einmal das ja auch nur so her okay wo ist das aber das andere passt halt nicht dafür flüge über mindestens zwei fahrer pro strecke haben wir also zumindest ein pro strecke musst du zwei fahrer einstellen mindestens so ein pro strecke weiß ich nicht aber es steht ja habe ich noch ein ass also haben wir noch wasser was heißt denn asse ja vom vom level ja es gibt halt an also ich weiß ich glaube es ist ein markier da sehe ich ja profi und dann das ok er hat noch ein paar wir haben noch ein paar erdgas bussen und ein hab ich jetzt immer gebraucht ja ja das ist sehr geil ach so wir haben strecke 4 und nein meine o und gibt es auch die meisterstufe money was warum denn money da haben wir noch und der jetzt zum beispiel kein bus mehr so und du hast auch kein bus mehr wir sagen einfach nur noch wolf und fahrer wolf dann ist wölfchen ach nee warte doch ich habe dann nicht sagen ich mache jetzt noch mehr fahrer einstellen ja klar also gerade brauchen wir nicht mehr nur man kann nie genug haben ja das stimmt vor allem nicht bei meiner geld dass die man auch manchmal für busfahrer nimmt ok busfahrer money er geht nicht so dann haben wir nämlich hierfür das hätte ich schon längst gemacht hybrid aber ich weiß nicht ob dir das recht gewesen wäre wenn wir hier im stream deinen richtigen namen sagen ich finde es zum beispiel immer komisch wenn fox nicht beim richtigen namen anspricht weil in kindheit niemand so und es ist immer so da weiß man meistens auch nicht unbedingt wer gemeint ist weil es können viele so heißen ok das heißt jetzt brauchen wir nur noch für die benötigten inhaltestelle level 5 naja welche haben die in der stadt gerade die fahrer die die du fährst ja der ring in in ratos gasso 2 ponik gasso 2 pferdemühlen gasso 2 weiten theater alle zwei bei mir ist es zum beispiel vier 10 28 18 aber wir davon schon welche gefahren sind ja also zwar eine mit zwei 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 mit zwei und einer mit vier wir können wieder jetzt tauschen ich fahr doch tatsächlich ja schon wieder ach so okay das ist okay dann nicht dann kannst du auch wieder anfahren dann geht schneller auf wieder war fahrt beginnen da ist mein bus aber du hast doch rein oder willst du lieber den ganz echt die ganzen echten was doch nati ja ja klar nahe mich am holstuhlfahrer mit denen ich auch zusammen spiele die wissen das aber wenn wir zum beispiel irgendwo noch an neue leute mit dabei ist die wissen halt nicht wie du meinst so weißt du das meine ich so dass ich glaube ich leichter dann lieber was von dem namen zu nehmen der halte übersteht als den richtigen zusammen und wenn du mich bei meinem echten kommt also bei meinem richtigen kompletten voll namen ansprichst dann brauchst du keine reaktion von mir erwarten dass du meinen namen gut haben wir das auch geklärt ich heiße meinen echten namen auch deswegen ich heiße entweder rein oder panda mich nennen ich kenne mittlerweile arbeit ist gewohnt und damit würde ich mich auch noch zufrieden geben so aber niemals mit meinem vollen namen ich bekomme gedanken an du ihnen ja dito ich weiß nicht ob ich mit dem fahrrad nicht doch schneller steht in meiner bio ja das heißt aber nicht dass du mich so ansprechen musst du hä steht dann einfach drin weil es ließ sich nicht jemand also es ließ sich nicht jeder alles da unten durch nicht den panels nein ja ich spreche hat niemand mit dem namen an niemand dann auf dich nein meine marm sagt auch noch mein spitz nach mein dad nennt mich seit neuestem als nougata ja raven dann erwarte keine keine antwort mehr wenn du das machst ich hab ich hab's ja ich hab's dir gesagt ihr habt mir das alles durchgelesen kappa ja wahrscheinlich wahrscheinlich doch wenn du jetzt im voice fährst und ich dich einfach fragen würde ich fand die ziege am ende der letzten folge vom winter der leidenschaft ist daneben oder musst du schnell nachdenken ihr und euer winter der leidenschaft langsam will ich das auch mal gucken und christina ja sie kommt anscheinend das obwohl na gut sie ist amputiert ich wollte gerade sagen ob wir da noch viel sehen sie wird wahrscheinlich immer amputiert ich meine ich hab alles gelesen ach so und sie hat gestern einen fisch gefangen und ich mau und sie schon wieder ich kann es nicht mehr hören und du liebst katzen ich liebe katzen aber ich kann es nicht mehr hören eine fahrkarte bitte wenn sie zumindest verschiedene namen genommen hätten weißt du kitty oder sonst irgendwas es gibt was in ja ja das waren ja hans und christina oder christina die die amputiert ist die zwillingsschwester ein mlp spiel my little pony my little pony my little pony my little pony siehst du daran merke ich halt einfach dass es gewisse leute gibt die sich das auch nicht durchlesen wenn dann solche fragen um zwei uhr drei kommen von wegen es gibt my little pony spiel 22 my little pony da steht da schon seit wochen drin über dann können wir ja gleich bb und china spielen wir sind bb und china da hat mir ryan ryan hat mir neulich ein ganz ganz tolles spiel gezeigt wo wir jetzt gerade mal bei bb und china sind aber da spiel ich nicht mit ich auch nicht also ich spiel das sofort bb und china totaler fan g4 oder g5 äh wo hab ich da jetzt was angel keine ahnung was für eine vierte und fünfte generation du weißt ich kenne mir doch mal my little pony nicht aus was ist denn mit dir los also ich weiß das nicht mit dir erster ist ähm das war es dann aber schon was ich hab den my little pony film übrigens gesehen ja keine ahnung angel ich habe keine ahnung guckst dir einfach im internet an wie heißt das my little pony keine ahnung irgendwas google einfach google hilft dir ich hab keine ahnung es ist einfach ein my little pony spiel my little pony dein bester freund da war ich raus die kacken musst was danke wo ist kacke angel google einfach ich hab keine ahnung was du grad von mir redest es ist auf jeden fall ein 3d spiel sonst würde ich mir das glaube ich auch nicht antun für die playstation ja ja kommt auch nicht nur auf playstation es kommt auch auf pc auf host ne das ist nicht meine welt das ist mir zu mädchenhaft ja meins eigentlich auch nicht aber es wurde dafür abgestimmt weil luna hat mir das geschickt und dann habe ich da abstimmen lassen und dann waren halt mehr prozent für ja und deswegen steht es jetzt da drauf ich habe auch abgestimmt ja und ich halte mein wort wenn ihr das abgestimmt wurde und das gesehen werden möchte dann spiel ich das ich freue mich schon drauf dann gebe ich dafür auch gerne mal 40 euro aus ich freue mich schon drauf das werde ich so aber ich habe gesagt ich mache das nur mit fox zusammen alleine spielt sie trotzdem nicht auch fox kann man sich nicht verlassen ja das habe ich auch schon missgestellt ich brauche eine fahrkarte ich brauche eine fahrkarte da bin ich immer noch stinkig und das trägt er auch noch euch noch mal danke nachher Augen was ich sagen alleine tue ich mir das nicht an na klar hier was habe ich ihnen schon Augenblick Aua achja jetzt geht's ja genau kleines Snitsch wie nennst du mich? klar was? hä? was? was? ich habe nur gefragt wie nennst du mich? ich doch nicht du wirst mein was war das warte ich muss bei discode gucken ich hab dir eingeschrieben nein doch ich hab dir in die notizen da bei dir geschrieben nein hast du nicht nein hast du auch nein hast du nicht haben was denn streamer modus ist aktiviert hast du glück gehabt warte ich mach kurz aus ja nein 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 du bist mein spazilein genau 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 ich gehe dann mal ins bett ne ist schon spät ich bin dann mal weg ich ignoriere das komische wesen was da doch mit dem voice ist das komische wesen jetzt hast du meine gefühle von in welchem film wieso ich habe ja nicht gesagt wenn ich meine es könnte auch sein dass ich noch eine dritte stimme also eine vierte stimme ich weiß ganz genau dass du mich mein spazilein dann hätte ich gesagt dass diese panda ding da im hintergrund ich habe sie doch da eben gerade noch ein fan sehen ja und jetzt habe ich noch angefangen weil sie sind erst level drei no na gut ich bin aber auch noch nicht fertig ja aber trotzdem wird es noch fehlen ich fühle mich als hätten wir gestern im alten sägewerk durchgefeiert geht es bald mal voran ja sorry muss die andere engagieren ach so du musstest da ja auch erstmal raus kommen außerdem waren zwei lkws vor mir absolut pünktlich danke sehr geht raus geht raus verpiselt euch wir brauchen punkte ich weiß nicht ob das wiese panda ding da so viel besser ist doch das wiese panda ding ist deutlich besser gefühle hä was ist das oh halber du bist so spät doch wach was ich da los gefühle kann man essen wir spielen erst der zwölf stunden bussimulator beziehungsweise mittlerweile sind es 13 stunden 13 1 halb bei mir zumindest 13 stunden und 17 minuten also nicht ganz weil bei mir waren auch um wir zwei minuten oder eine minute vorher aber bei mir sind über 13 1 halb ja ok ok du kannst heute und jetzt auf jeden fall alleine fahren weil das braucht nur noch ein level überall ist jetzt bei vier dann kann ich jetzt ratos noch mal fahren ok 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 und das meine ich halt guck mal jetzt haben sn shana angel und albert haben alle die selbe farbe sind alle rot bei mir stimmt na gut bei mir sind sie orange ja bei mir sind sie schaden shana ist rot angel und albert sind beide bei mir orange ja ich guck halt über obs und hier das sind alle rot das habe ich halt fast immer ich habe kaum ohne bunten farben es sei denn es wurde halt wirklich festgelegt bei mir habe ich explizit blau festgelegt bei blau schön sonst sind bei mir alle immer rot ihr müsst euch farben richtige farben zuweisen hier ist die fahrkarte und muss es sein hier ist ein foto meiner katze und ich will doch kein foto ihrer scheiß katze sehen dass du mal scheiß katze sagst ja dann ist echt vorbei die wollen mir 30 tonnen bilden ihrer katze antun die alle gleich uns sehen du hast das bild noch nicht mal gesehen aber ja ja ist egal die teppich stadt katze schon immer auf roten steht ja über die rutscht jeder rüber eigentlich kann ich die ganze zeit auf dieser linie hier fahren du willst die normalen stadt pass auch tun ich möchte den verkehr nicht mal richtig an nein sie kriegen keine fahrkarte fahrkarten ist auch verkauft ja das ist richtig wunderschön ich war jetzt einfach nur noch auf diesem wunderbaren stand streifen kann ich an allen vorbeibressen außer die die abbiegen wollen ich habe kein ohrwurm nein nein alles deine schuld ich hatte gerade noch dbd gezockt und bin jetzt wieder im gewohnten rank bereich oh nice oh 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 oh